Ja, hi, hier ist der Art. Ich wollte euch heute die Gymnastik-Straps von unserer Hausmarke Superfit mal vorstellen. Und zwar sind es im Endeffekt einfach so kleine Lederriemchen. Die dürft ihr jetzt nicht verwechseln mit Turnerriemen. Also wir haben jetzt nichts, was euch irgendwie die Griffkraft erleichtert, sondern es ist im Endeffekt einfach nur ein Schutz für die Hand. Und zwar habt ihr hier so einen kleinen Klettverschluss. Der kommt ins Handgelenk. Dann könnt ihr es so festziehen, wie ihr es dann haben wollt. Und entweder ihr setzt den Mittelfinger oder den Ringfinger einfach nur durch. Einfach nur die Fingerkuppe. Manche ziehen es auch ganz gerne wirklich bis drunter zum Fingeransatz. Aber mein Hauptproblem ist eben hier vorne an diesem dritten Fingerglied. Deswegen ziehe ich es ehrlich gesagt lieber nur über die Fingerkuppe, um die Hand zu schützen. Und jederweise ist es somit einfach um die Ringe, um die Klimmzugstange etc. Im Endeffekt ist es eben nichts anderes als einfach eine kurze Lederschicht, die einfach über eure Haut drüber ist, um eben so Hautrisse etc. bei Muscle-Ups oder Klimmzügen zu vermeiden. Lohnt sich aber wirklich, wenn ihr relativ viele Wiederholungen habt. Ideal finde ich an den Dingern im Gegensatz zu Handschuhen. Wenn ihr jetzt noch eine andere Übung mit drin habt, wie zum Beispiel Double-Anlass, stören die Straps einfach. Ihr könnt sie aber einfach in einer lockeren Handbewegung kurz von dem Finger wegmachen, umdrehen. Dann habt ihr die Hände wieder frei. Und hier außen sehen sie vielleicht ein bisschen doof aus, stören dich aber echt nicht bei den Double-Anlass. Dann einfach kurz wieder zurückgedreht und dann kannst du direkt wieder weitergehen. Vielleicht nochmal kurz in der Nahaufnahme. Meine Hand ist jetzt ungefähr 20 Zentimeter lang, vom Handansatz bis zu meinem Mittelfinger. Und der Strap ist jetzt erstmal in Größe L. Momentan das größte, was da ist.